Im letzten Video. Okay, wir lassen den Hörsch einfach mal Hörsch sein. Yeah. Und so geht es weiter. Ich will noch Fackeln. Ja, nur vielleicht stelle ich da ein paar her. Das reicht dann erstmal, oder? Nee, ich mach jetzt mal wirklich schnell hier. Ganz fix noch diese Klamotten. Muss ich dann wirklich beeilen. Okay, das muss man mit einer Holzhacke dann anscheinend machen. Oder mit der Faust. Okay, da ist jetzt Holz drin. Da war gar nichts drin. Scheiße, da kommen Zombies. Was ist denn los mit dir? Weg mit dir. So. Das ist schon 20 Uhr, Leute. Bücher nehmen auch noch mit. Boah, Alter. So, schnell hoch hier. Ein bisschen haben wir jetzt ja was für Fackeln. Jetzt noch das Geländer hier schnell weg. 20 Uhr. Ich weiß nicht, wann die schnell wären. Ich glaube immer so 21 Uhr. 22 Uhr kam es mir so vor. Ah, die Geländer lohnt sich richtig. Ja, komm. Das brauchen wir nicht. Und haben wir noch Scrap Metal jetzt. Das Buch nehmen wir auch gleich noch mit. Also Papiermangel haben wir dann erstmal nicht, was TNT angeht und so weiter. Ja, komm. Sehr gut. Die Bücher nehmen wir auch noch mit. Alter. Ein bisschen Angst wird sein halt jedes Mal hier, ey. Also da bin ich... Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen sensibel oder so, aber ich finde es allgemein immer sehr beunruhigend, wenn ich Zombies in meiner Nähe höre. Digital als auch real life ist das nicht so cool. Das ist ganz schön rucklig gerade hier. Mal gucken. Aber jetzt muss ich das Spiel dann später nochmal neu starten. So, ich gucke nochmal ganz schnell hier. Hier, ich haue jetzt aber schon mal das Zeug ein bisschen in Sicherheit hier. Die Muni würde ich gerne... Das können wir auch erstmal wegkauen hier. Flaschen ist egal, Scrap Metal auch Sicherheit, die Leitern ist egal. Aber wir können dann keine Leitern herstellen, das ich gerade. Dann sollte ich die Bäume vielleicht doch mitnehmen. Ah ne, wir haben ja gar keine Bäume mehr. Scheiße. Dann müssen wir vielleicht im Dunkeln dann mal fix einen wegkacken oder so. So, kommst du hier hin? Ach, scheiß drauf, Leute. So hier. Und die Muni müssten wir auch noch sichern. Die Spitzhacke brauche ich jetzt erstmal noch. Wir versuchen jetzt einfach so lange zu fahren, wie es geht. Ich weiß nicht, ob wir irgendeine Waffe vielleicht... Dass wir uns doch verteidigen können, wäre vielleicht nicht schlecht. Ach, das ist mir gerade ein bisschen viel Zeit, hm. Gucken wir mal, ob wir irgendwas hier erreichen. Ah, das ist jetzt ungünstig. Na komm. Okay, aber es dauert halt wirklich ewig mit dem Teich. Ich versuche jetzt mal noch schnell hier hochzukommen. Ah, Spitzhacke. Ja, da müssen wir das doch irgendwie... Das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. So, wo ist Muni, 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 Muni? Ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße. Ja, wenn wir das jetzt verlieren, wäre auch nicht so wilder. Ich will jetzt unbedingt noch ein bisschen Scrap Metal haben. Okay, das war's, Leute. Wir sollten jetzt... Ich gehe jetzt auf Nummer sicher... Scheiße! Oh nein, 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 weg. Geh die Scheiße mal weg hier, bitte. Ich geh die Scheiße nicht weg, Leute. Ich geh das nicht weg. Ich geh das nicht weg. Ja, 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 Fehler. Ja, ja, Fehler. Scheiße, 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 scheiße. Alter. Okay, aber die Muni konnte ich mal retten. Ja, Leute, ging nicht anders. Ich musste das Spiel neu starten. Und bin jetzt hier quasi... Also, das war irgendwie ein Bug gewesen oder so. Ich konnte nichts machen. Aber halb so wild. Halb so wild. Aber das krass ist, ey, dass das immer noch so rucklich ist. Vielleicht muss ich mal ein Rechner neu starten. Oder es liegt wirklich daran, dass jetzt Alpha ist und das Spiel schon so lange geht. Ich weiß es noch nicht. Okay. Ist aber jetzt wirklich nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal ganz kurz hier. Und ich werde mal ganz schnell den Rechner mal neu starten einfach. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt. Aber krass, also die Ausbeute hat sich ja nochmal gelohnt. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nichts Wichtiges verloren. Die Muni konnte ich auch noch retten, oder? Ja, hier... Nee, doch, hier haben wir sie. So, dann haben wir jetzt Crab Metal. Das können wir ja mal schnell noch herstellen jetzt. Also müssen wir jetzt... Moment, ich brauche Metallforge. Also Metalforge. Das können wir jetzt noch nicht machen. Daraus brauchen wir davor diese Eisenbahn. Machen wir denn hier Iron, Iron, Iron. Was ist das denn eigentlich? Ah, okay. Daraus kann man auch eine Nahkampfhafte aufs Eisen machen. Das müssen wir dann auch mal ausprobieren. So, hier haben wir das. So, okay. So hat er mir das auch erklärt. Einfach ganz oft hier draufklicken. Und ich würde mal interessieren, ob es noch eine Möglichkeit gibt, dass man alle möglichen Zutaten, die man hat, dass die mit einem Klick hier reingehauen werden. Weiß ich nicht, ob das geht. So, Couching Metal. Und jetzt, äh... Ich glaube, so... Und jetzt müssen wir doch das mit dem Glas hier nehmen. Wo haben wir den Spaß denn? Hier. So. Und dann können wir immerhin schon 48 solche Flaschen draus machen. Und das hat sich doch schon mal gelohnt, denke ich. Und da werden wir sehr, sehr schnell dann großen Vorrat bauen können, dass wir da wirklich richtig viel davon haben. Die Wasserquelle haben ja dann gleich eine Nähe von unserem Lager. Da hat sich das schon mal gelohnt, denke ich. Da hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Gut, Leute. Da wollte ich an dieser Stelle erstmal den Rest neu starten. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Ansonsten liegt das wahrscheinlich an dem Gebiet oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal einfach mal gucken. Äh... Ja, bis gleich sozusagen, ne? So, Leute. Machen wir weiter an dieser Stelle. Äh... Ja, es ruckelt immer noch ein bisschen. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es einfach daran, dass hier zu viele Zombies mittlerweile sind. Könnte sein, dass wir vielleicht dann irgendwann mal versuchen müssen, hier ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß es nicht. Ich würde mal ganz eben noch was probieren. Können wir denn diesen Koffer hier zufällig so kaputt machen? Ich teste es eben mal. Nope. Okay, dabei kommt nichts raus anscheinend, wie es aussieht. Ja, auch nicht. Na gut, Leute. Dann setzen wir jetzt einfach mal wieder den Spawnpoint hier hin. Und dann gucken wir mal, wie es in unserem Lager aussieht. Und ich hoffe, dass es da dann wenigstens wieder flüssig läuft. Das wäre sehr angenehm. Äh... Machen wir mal die Spitzhacke noch hier rein, schnell. So. Und jetzt Suizid. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie da jetzt unser Lager aussieht. Gucken wir mal. Also es steht auf jeden Fall noch komplett. Es steht noch komplett, wie es aussieht. Okay. So gut, dann rüsten wir uns erstmal wieder ein bisschen aus. Die Frage ist, können wir denn... Wir haben auch eine Spitzhacke. Wir könnten jetzt ja schon anfangen mit der Mine, wenn wir wollten. Da würde ich ja fast sagen, dann machen wir das einfach mal. Ich werde mich mal noch schnell ausrüsten und alles, was wir jetzt schnell brauchen. Aber mal ganz schnell Wasser einfüllen hier. Ich habe Angst, dass es wieder schief geht. Moment, ich nehme mal noch eine Waffe vorsichtshalber. Waffe, Waffe, Waffe. Ich glaube auch, da ist das letzte Mal, wo ich hier gestorben bin, wo ich nicht hoch wollte. Das lag daran, dass ich da in die Fallen reingeplumpst bin. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich irgendwie noch schaffen können. Ich weiß es nicht. So, machen wir die Muni. Hier haben wir die Muni. Hier machen wir erstmal drei Stück rein. Vielleicht machen wir mal auf die zwei, dass es schnell geht. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal hier los. Ich höre sie halt, aber es lang scheint es zu passen. Ich mache wirklich ganz schnell. So, jetzt schnell wieder hoch hier. Alter, es ist jedes Mal, geht der Puls auf jeden Fall ein bisschen nach oben, Leute. Ja, das lang sieht ruhig aus. Ich höre halt noch welche. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis die kommen, weil die riechen uns ja auch, die Viecher. Deswegen. So, Wasser haben wir erstmal wieder genug. Das gefällt mir natürlich. Tun wir hier hin. Räumen wir erstmal noch ein bisschen auf. Den Scheiß können wir eigentlich weghauen. So. Und hier läuft es auch wieder flüssig. Also scheinen eben doch zu viele Zombies zu sein. Das ist vielleicht dann noch ein bisschen buggy oder so. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir da einfällt, damit wir die Framerate wieder hochbekommen, ist die Zombies vernichten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das wäre natürlich eine geile Motivation, mal da wirklich so ein richtiges Zombie-Massaker anzurichten. Einfach um die Framerate dann wieder zu erhöhen. Das hätte natürlich was. Dann müssen wir mal gucken. Übrigens aus diesem Short Metal Pipe könnte man natürlich auch Eisenleitern machen, glaube ich. Aber wir machen jetzt erstmal aus Holz weiterleitern, würde ich sagen. Das lassen wir erstmal. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Papier haben wir auch genug, aber ich würde die Bücher jetzt erstmal weiter sammeln, weil da wir wahrscheinlich weniger Slots verbrauchen. Ich denke, das passt. Aber wir haben kein Holz da mehr, fährt mir gerade auf. Ja, noch Stick, aber gut, aus dem Plywood können wir ja nicht, weil es dann, glaube ich, auch die Thunen machen, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder aus dem Plywood werden die Thunen gemacht. Alles klar, Leute. Machen wir jetzt erstmal leitern. So, probiere ich das jetzt mal. Okay, sehr gut. Aber es gibt keine Option, dass wir das aufs Cap direkt bringen. Das wäre cool, wenn das irgendwie ginge. Also ich habe jetzt hier Alt-Shift und so, String und so alles gedrückt. Das scheint nicht zu funktionieren, aber gut, so geht es natürlich auch. Das passt schon. So. Alter. Alter. Okay, gut. Warte. Ach ja, es ist aufregend. Es sind beim echt keine da und trotzdem bin ich hier wie so ein kleiner Angsthase. Aber gut, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. So gut, leider ein Hammer. Als nächstes tun wir die Pickaxe mal noch ausrüsten. Die haben wir hier. Und da hoffe ich mal, dass wir schnell Eisen finden, dass wir dann während wir in der Mine dann rumbuddeln, schnell dann auch wieder neue Pickaxe herstellen können. Das wäre sehr gut. Machen wir es so hier. Facken brauchen wir auch. Ja, Wasser nehmen wir erstmal das hier rein. Hat so irgendeine Scheiße passiert. Jo, da würde ich sagen, kann es losgehen. Und da bauen wir jetzt hier mal ein Loch rein. Ich habe halt jetzt noch dann Angst, dass die dann irgendwie in der Lage sind, sich hier reinzubuddeln und durchzubuddeln. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt gut geht. Wir werden es ja merken, wenn es nicht gut geht, dann haben wir wieder mal gelernt. Das ist ja hier ein ständiger, ständiger Lernprozess in dem Spiel bisher. Die Schippe haben wir auch noch, Gott sei Dank. Okay, na dann. Leg mal los, Leute. Weil das wird ja wahrscheinlich gleichmäßig sein. Also so weit, wie das hier runter geht bis Stein kommen, so wird es auch auf den anderen Seiten sein. Okay, jetzt sind wir schon beim Stein angekommen. Alles klar, na dann. Machen wir weiter. Und ich muss jetzt wahrscheinlich immer gucken, dass ich dann hier so eine Einkerbung mache mit zwei Löchern, dass wir hier Fackeln hinstellen können. Das ist vielleicht dann auch nicht so blöd. Ich tue jetzt erstmal straight forward einfach die ganze Zeit nur unten buddeln. Aber richtig weit runter. Wir machen jetzt richtig weit runter. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay. Ich mache jetzt mal eine Einkerbung, dass wir dann eine Fackel hinhauen können und trotzdem die Leiter dann noch hinbekommen. Ja, so ungefähr. Doch, das müsste eigentlich passen, dass wir halt wirklich auf der Seite machen wir dann die Leiter nach oben und auf der Seite hauen wir dann nach und nach Fackeln rein, dass wir wenigstens ein bisschen was sehen. Und guck mal, hier haben wir schon Stein und yes, wir haben dieses Nitratzeug. Daraus können wir dann jetzt Schießpulver dann irgendwie machen. Ich probiere das gleich mal aus. Jetzt haben wir Schießpulver. Ah, ne, noch nicht. Jetzt haben wir erst mal das weiterentwickelt und jetzt, äh, ich überlege gerade, was braucht man da jetzt noch? Was brauchten wir da jetzt noch? Ich glaube, Kohle brauchten wir noch, ne? So. So nicht. So. Jetzt haben wir Schießpulver. 40 Stück. Und jetzt, äh, muss ich überlegen, was ist, äh, braucht man da, glaube ich, irgendwie Metall brauchen wir dafür und Papier, wenn ich mich nicht ganz höre, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, das wird auch noch nicht drinnen stehen. Da steht auch nicht drinnen, das liegt daran, dass wir noch keine Eisenbahn haben. Okay, da muss man also noch ein bisschen Eisen dann abbauen und dann mal gucken, ob wir es dann hinkriegen. Ach, guck mal, hier gibt es richtig viel von diesem Nitratzeug. Ja, das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Ähm, wisst ihr, Leute, wie mich das freut, dass ich hier hoffentlich endlich mal in Ruhe, äh, endlich mal in Ruhe hier mir eine Mine bauen kann und ich habe wirklich vor, da einen riesen, riesen Teil draus zu machen, dass wir richtig episch werden, Leute. So, kriege ich eine Leiter hin, hier kriege ich keine hin. Das müsste aber auch gehen. Scheiße. Ach ja, wir können natürlich auch die Seite hochbauen, aber ich hätte es jetzt schon gerne irgendwie, so wie ich es davor geplant hatte. Ah, ich habe da jetzt eindeutig in die Richtung hier gemacht. Wir sind einmal, ansonsten mache ich halt die Richtung hier hoch. So geht nicht. Geht nicht, Leute. Okay, dann versuchen wir es so hier. So. Hier müsste da aber jetzt auch gehen, oder? Nicht wirklich. Oh, scheiße, was ist das? Hab ich denn jetzt hier für Mist gemacht? Okay, so geht's. Alles klar. Ich muss mal den Abstand ein bisschen größer halten. Alles klar, okay. Jetzt haben wir es. So, guckt mal, Leute. Wie tief das ist und wir gleich zu dem rechten. So. Okay, cool. Also den ersten kleinen Schacht haben wir schon mal, aber ich will viel, 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 viel weiter in die Erde rein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Also das war jetzt hier noch nichts gewesen. So, dann machen wir mal weiter. Mal sehen, wann wir unsere ersten Eisenblöcke finden. Scheiße, hab ich die Leiter wieder nachgemacht. Na egal. Scheiße. So, die Steine werde ich natürlich jetzt auch mal einsammeln. Muss ich mir jetzt mal gleich schon angewöhnen, weil dann würde ich vielleicht dann auch mal eine Eisen, Quatsch, eine Steinmauer um den Eingang bauen. Beziehungsweise können wir das ja dann auch vielleicht verwenden, um dann ein Haus oben noch hinzusetzen. Aber vielleicht auch erstmal eine Mauer. Man könnte natürlich auch Mauer machen, dann graben mit solchen Spikes dann wieder eine Mauer und das halt ständig abwechseln. Dass man das halt nach und nach ein bisschen erweitert. Das ist auch eine ganz gute Idee. So, jetzt wird es ja langsam schon wieder dunkel. Aber wir werden jetzt hier richtig weit reingehen. Bis nach China. Ist ja übelst lustig, wenn man jetzt hier ganz tief buddelt, dann irgendwann kommt man halt wo raus und dann ist man in der Minecraft-Welt oder so. So, wie sieht es denn aus? Ich muss jetzt gleich mal wieder eine Fackel machen. Alter, okay. Moment, das geht aber wirklich ziemlich schnell. So, warte, wir haben die Leitern auf der Seite. Das heißt, ich mache mal hier jetzt ein Loch. Ich hoffe, das haut ungefähr hin von der Richtung. So, nochmal. Sehr gut. Habe ich es mir vorgestellt. Was haben wir hier? haben wir Kohle wahrscheinlich, oder? Was ist das Eisen? Könnte auch Eisen sein. Das ist... Moment. Okay, daraus kann man anscheinend nichts machen. Da braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr davon, könnte ich mir vorstellen. Ja, guck mal einfach mal. Guck mal einfach mal, weil letztendlich ist... Das ist Kohle. Das ist Leit. Also, ich denke, daraus kann man da wahrscheinlich irgendwie Eisen machen. Da muss man da mal schauen, wie das geht dann. Das weiß ich jetzt noch nicht. Metalbed... Metalbedframe. Okay. Was wollen die denn da drinnen haben? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist aber auch egal. Eine Trapmine könnten wir jetzt auch schon machen. Cool. TNT... Ja, wir können jetzt auch schon TNT machen. Stimmt. Ah, wie ging das jetzt noch mal? Wie ging das jetzt noch mal? Ich glaube, so... Ich habe mir ja schon öfters erstmal die Bilder angeguckt. Das ist aber echt schwer einzuprägen. Dann Papier ringsherum, glaube ich. Dann machen wir es mal so hier. Und... Ach nee, oben kein Papier und oben, glaube ich, da eine Jucca-Pflanze. TNT. Richtig nice. So, wir haben das erste Mal jetzt hier mit offiziell TNT hergestellt, Leute. Na, da würde ich doch sagen, setzen wir den Block mal hin und zünden das mal an. Nee, Spaß. Das machen wir dann später. Das machen wir dann später. So, jetzt müssen wir das aber auf jeden Fall drinnen haben. Papier haben wir. Oh nein, ich habe die Jucca-Pflanzen verloren. Wo sind denn die? Oh, jetzt sagt... Oh nein. Habe ich die jetzt wieder? Scheiße. Wo habe ich denn die? Doch, jetzt kann ich es wieder machen. Okay, jetzt haben wir wieder alles. Ich habe schon einen Schreck bekommen. So, dann müssen wir noch mal kurz ein bisschen Platz machen. Was holen wir mal weg? Was holen wir mal weg? Das Papier hier. Na, komm. So, dann. Oh, scheiße. Stimmt, ich muss ja auf die auf die Schrift klicken. Moment, so, nochmal. So, mal ziemlich viel mal hinbekommen. 18. 20 haben wir jetzt schon. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Ich glaube, da können wir dann ziemlich schnell einen ziemlich großen Schacht anbauen. Aber da müssen wir erstmal noch ein bisschen weiter runter. Also können wir wirklich einen richtig großen Raum machen. Und woran mangelt es jetzt? Von der Pflanze haben wir noch was. Papier haben wir auch noch genug. Und dann versetzt man auch noch Bücher da. Also mangelt es jetzt quasi am am Schießpulver gerade. Alles klar. Na gut, dann machen wir erstmal weiter jetzt. Mal noch Papier. Wobei, ich glaube, das habe ich vorhin weggeworfen. So, ich baue erstmal die Leiter wieder hoch. Machen wir hier Step by Step. Ähm, so. Das müsste ja die richtige Richtung sein. Ja, ist es auch. Hier auch noch. Hier auch noch. Hier haben wir irgendwas. Aber ist egal jetzt. Ich denke, vier Jahre später werden wir das schon noch genug finden. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Und guckt mal, Leute. Es ist schon wieder hell. Also, viel ist jetzt hier nicht passiert in der Nacht. Ich glaube, das wird sich aber noch ändern. Die haben das wahrscheinlich jetzt noch nicht geschnickt, dass wir hier sind. Irgendwie. Guckt euch mal den Baum hier an. Ey, den muss ich dann auf jeden Fall da mal fällen. Das muss ich ja richtig.